moin moin meine lieben leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von elite gamers 1337 heute wir sehen mit dabei ist wir sehen könnt in brawl stars ausnahmsweise mit ton ja spiele nicht so viel mit ton eigentlich und falls ihr euch wieder fragt wie soll ich die boxen spare ich spare sie und dann mache ich später ein opening video ja habe ich schon mal gemacht okay komm hier hier holen egal lassen nein nein komm zu mir wie können wir schon mit 8bit spielen wie 8bit ist der neue brawler ab 6000 falls es mich nicht täuscht tick 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 ich kenne alle brawler weil ich ich habe auch du spaß dino mike jungen achten pass auf ich warte mit den kiosk wenn die gegner kommen sammle ich sie an mache sie müssen ich warte ich habe mir ich habe mir ich habe situat Deutschen ich habe auf dem энd Batt Jetzt ich habe лич Ulti! Da haben wir noch kein Spiel, oder? Ich zeige ihnen nachher, was ich dir vorhin gezeigt habe, mit dem Namen. Und so. Ja, im Hintergrund hört man noch ein bisschen mehr. Let's do the show. Da oben sind wir vorher gespawnt. Mom! Nein, 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 nein! Geh weg! Äh, geh mal! Da oben! Es ne... Komm! Weisst du, ich spreche dich ja eigentlich immer mit dem normalen Namen an, oder? Ja. Und jetzt, ich wollte so fast deinen Namen sagen. Ja, ist klar. Weil vorher habe ich ja nicht aufgenommen, dann immer gesagt. Bleib hier, bleiben wir hier. Da drüben, komm, 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 komm. Gegner, run for your day. Nein, lass mich. Ich bin fast tot. Und doch mal mit der Ulti weggefetzt. Hier! Ja, du wirst auch gehulten. Ja, egal, ich lasse die Maus jetzt. Ja. Für alle, die es nicht wissen, man kann den Namen und das Profilbild ändern. Ja, wenn man hier, ist, geht man eigentlich, warte. Hier, wenn man auf die Pokale, wo man die Pokale sieht, dann ganz an den Anfang. Hier sieht man eigentlich alle Stats und man kann auch auf den Namen klicken. Dann gibt es verschiedene Farben. Ich habe jetzt blau genommen, weil es zum Kanal passt, weil das Profilbild des Kanals auch blau ist. Und hier vom Brawler. Ja. Mein... Ja. Hier, wir haben einen... Ich habe eigentlich einen Club gegründet. Ähm, Gamewolf? Ja? Geh mal auf Community. Äh, wo? Äh, drüben bei Shop, Brawler. Und dann auf Club. Kannst du schon beitreten? Also nach Club suchen. Gib Elite Gamers 1337 ein. Ich habe jetzt einen blauen Blitz als Profilbild. 517 Pokale. So, fertig. Und? Beitreten. Ja, bin drin. Ja. Diesmal die Beschreibung. Beschreibung. Dies ist der offizielle Brawl-South-Cland vom YouTube-Channel Editing Game by Science Rennerist. Und sieben, wir werden uns sehr über ein Abo freuen. Vielleicht kommen welche vom Discord zu random Personen und dann, ja. Alles klar. Dann, ja. Kommt's auch. Ja. Und es ist lustig. Eigentlich am Anfang bekommen wir hier alle fünf Trophäne. Hier alle 50. Hier alle 100. Dann geht man noch hier. Alle 100 immer noch. Alle. Da irgendwie. Ich habe alle 100. Da alle 250. Alle 200. Und am Schluss bekommen wir alle 500. Alles klar. Ja, ich ziehe manchmal aus Versehen die Mitteilungen darunter, weil ich die Zeit schauen will. Aber ja. Ja, du könntest bereit machen. Du bist bereit. Oh ja, im Moment ist ein Doppelmarken-Event. Also, du bekommst die doppelten Marken. Und das limitiere ich. Ja. Ich hole schon mal die Boxen. Oh, ja. Ja, das ist ja. Ja, hier ist ein Gegner. Der Kleine. Der Barley! Jö, so herzlich Barley, mein Kollege. Oh, der Kaktus. Dofer Kaktus. Hättest du nur deine Ultimate, nein. Oh, eine Träue, 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 Träue. Schnell, 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 schnell. Ja, toll. Ich bin fast tot. Yes, survived. Survived, motherfucker. Ach, Chi-Chi. Das, dort hinten ist einer. Dieser kleine Lappensack. Ach, was haben wir? Chi-Chi. Nein, meine Wuld gewesen. Spielen wir nachher einen anderen Modus. Was ich eigentlich so schnell wie möglich erreichen will, sind 800 Pokale. Ich nehme mein Deutsch. 800 Pokale, ja. Dann haben wir auch die Ticketergebnisse. Okay, zwar... Ich weiss nicht, ob du es kannst. Ähm... Okay, nehmen wir Juwelenjagd. Also das sind meine Brawler. Auf meinem Main-Account habe ich alle, außer Crow und Spike. Und mein Profilbild ist... ...Lien. Ja. Gut. Kannst du mal deine Boxen öffnen, zum schauen, ob du einen anderen Brawler bekommst oder so? Ich habe schon einen, Leute. Welchen? Die haben ihm nichts. Ah, wobei nicht ganz. Ich weiss nicht. Eins von neun. Brawler. Meilenstein. Hä? Aha, aber öffne mal alle Truhen, die du kannst. Alle. Ja. Noch zwei von da. Und doch mal einen. Hast du einen Brawler? Ja, ich habe einen. Profil. Nita. Nita! Hast du nur zwei, diese zwei? Ja. Und dann nehme ich dieses Mann Schali. Irgendwann wird wahrscheinlich nochmal eine Discord-Server-Vorstellung bekommen. Ich komme vom Neuen. Falls ihr unbedingt wollt, kann ich auch vom alten machen. And I'm dead. 94 Kp! Digga, digga, muss los, muss los, muss los. Geh weg. Geh weg. Wenn ich Sagi gibt... Ach, ich will. Kichi, es stirbt mich. Lass mir den Champ. Scheiss Turret. Nein, ich habe meine Ulti gewastet. Geh weg mich. Mate. Stirb nicht. Stirb nicht. Hol ihn. Töte ihn. Bring ihn. Hab dich. You little sucker. No way. Die Campen, die... Nein. Wolf, bleib hinten. Wolf. Hallo, komm. Und jetzt Oli. Rein, rein, rein. Nein! Mate, geh zurück. Geh zurück. Stirb nicht. Nein, du stirbst nicht. Du stirbst aber. Gegner, stirb endlich. Waste your rule, bro. Hi, yes! Ich wollte unbedingt die Ultima von Gold. Wenn unser Mate jetzt stirbt, wäre ich so toxisch auf dich. Hol die Diamanten. Mate, nicht Gegner. Okay, ähm. Ja, wieso mussten wir es so finden? Nein, nein, nein. Mate, wenn du jetzt stirbst. Nein! Nach vorne, nach vorne. Los, los, los. Stirb nicht. Wolf. Halt dich. Geh weg. Wir dürfen nicht sterben. Nein! Kommt da. Junge, wie schlecht unser Mate ist. Nur in mir. Okay, äh, ja. Ich würde jetzt mal sagen, du behältst nicht da, oder? Ja. Dann... Ich nehme Jesse, diese mit der Turret. Mal schauen. Okay. Ja, auf meinem Main-Account bin ich auch nicht gerade der Beste. 6600. Ja, okay. Ähm. Das wird die letzte Runde sein. Dann werde ich nachher gerade nochmals aufnehmen. Ich muss schauen, ob ich es gerade nacheinander mache. Auf... Nein, Deutsch heute. Nacheinander hochladen werde. Oder dieses hochladen und das andere gerade aufnehmen. Werde noch schauen. Oh ja, und das ist eine Ausnahme mit Mikrofon, weil... Sonst bin ich manchmal heimlich am, am... Ich sage jetzt mal am Zocken, wenn ich aufnehme. Lass meine Töre. Oh mein Gott. Ja, sonst bin ich heimlich am Spielenwerb dem Aufnehmen. So nicht immer. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich das Spiel in der Reihe habe. Lass mich. Junge, wieso? Wieso nennt er sich Leon? Und hat nicht mal den Brawler Leon. Vielleicht heißt er in Real Life so. Aber ich heiße die Leute, die immer irgendeinen Brawler-Namen nehmen. Lass sie die Amantem, Sörche, oder die Chams, je nachdem, die immer aufpassen. Sörche, hinter mir. Lass mii. Sörche, wenn du jetzt stirbst. Lass mir, lass alle mir. Einmal, jetzt nicht. Sörche, geh zurück. Los, los. Lass, wir können reingehen. Komm, 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 komm. Wir müssen die Gegner davon abhalten. Einfach jeden Gegner. Ja, dann gibt es am Schluss mit uns. Willst du das Outro machen, oder sollte ich? Du kannst es machen. Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Elite Genus 1337.